so mein lieben freunde und damit heiße ich herzlich willkommen zudem wo bin ich hier wo bin ich wo wo das promo machst dir selbst selber machen aber aber wieso selber promoten alles klar gut dann fangen wir erst mal an also wir sind ein let's player du ich heiße rené bin 16 jahre alt und mein partner ist der boris der ist 14 zurzeit ist jetzt demnächst 15 und ja zusammen versuchen wir euch zu unterhalten mit unserer spiel zusammen erleben halt wie unser motto schon heißt also wir wollen die spiel zocken für euch und wir wollen das schaffen dass ihr damit weil spaß habt ja dann wir haben es zeit 341 abonnenten 6448 video aufrufe haben bisher 73 videos hochgeladen und bisher einiges an video material produziert sagen wir es mal an sich von der länge ja wir wollten nicht vielleicht dann ist so dann seht ihr ungefähr mal was damit läuft abgelassen bisher von mir selber call of duty mother warfurt 3 multiplayer weil das spiel war free to play of steam nämlich zehn parts aufgenommen und habe die dann als allererstes wie du machst ja mit video material auf dem kanal hochgeladen und ja dann habe ich angefangen mit let's play need for speed shift welcher moment passiert ist war damit mit dem lenkrad ein paar probleme gibt das ist auch nur info video aber können wir uns noch umsuchen wo noch tanks ist irgendwann passiert weil das mit meinem bildschirm nicht so ganz funktioniert weil da irgendwie paar fps einbrüche sind welches aber demnächst weitergehen wird kann ich schon mal hier sagen also wenn dieses video hochkommt wird es schon wieder weitergehen wahrscheinlich schätze ich jetzt mal und ja dann haben wir noch r faktor was sollte ich geht aufgrund von moris seine neuen pc hat es nur wollen pc bekommen mit windows 8 und darauf wird es einfach dadurch laufen das heißt wir werden uns in den ferien dann mal zusammen hinsetzen und sagen hier mori schließt ein pc an und wenn sie einmal einem rutsch zu sagen aufnehmen wahrscheinlich bis dahin wird es weitergehen mit r faktor bis ihr das video sieht aber ja siedler ist moment pausiert weil ich dazu keine lust habe moment und das moment mein sound moment nicht abmixbar ist und ja das funktioniert nicht so ganz landwirtschaft simulator fehlt mir persönlich die lust boris würde gerne aber ich habe mir keinen bock auf landwirtschaft simulator weil immer traktor fahren ist irgendwann auch langweilig tutorials habe ich bisher eins gemacht wenn wir dich wieder was sehen was machen könnte wenn ihr wieder eins machen spezielle videos habe ich bisher nur 1 reingepackt weil da müssen noch vier reingepackt werden die playlist ich bin feldort ja das weiß ich auch und zwar müsste ich da noch hineinpacken unser weihnachtsspezial wartet nur ihr können das immer da wird es ansehen so hier meiner spezial ja und dann haben wir noch let's play ace of spades welches aber jetzt kostenpflichtig geworden ist kurz nachdem wir es angefangen hatten das heißt ich habe es bisher schon gekauft in steam aber moris noch nicht und deswegen kann es auch noch weitergehen ja dann spielen wir zusammen moment noch call of duty bono v2 wobei im moment halt keine neuen videos da sind weil wir beide meinen recht hohen schulstress haben und ja dann mache ich persönlich noch in meinem teil hier schön mafia 2 ja und im moment ist ein bisschen upload unregelmäßigkeit dadurch halt auch drin weil ich halt einfach richtig viel stuhl stress habe und das tut mir auch leid aber es ist leider im moment nicht wirklich meiner meiner seite aus hier irgendwie da mehr zu bringen an videos so dann haben wir auch hier mal unser kanal design ich hoffe man erkennt das jetzt ich kann das noch mal hier mal wieder mal wie geht das mal so so könnte aber sehen man sollte vielleicht mal auf hier müssen wir das sehen ja hier so ihr seht unser kanal design mit call of duty portal 2 ihr seht ihr auch noch drauf daraus könnt ihr auch ableiten dass es irgendwann portal 2 hier auf unserem kanal geben wird das wird sich aber noch ein bisschen hinziehen bis das soweit ist also wieder rein auf normale größe so ja und dann haben wir hier noch falls ihr noch paar infos haben wollt ja weitere informationen auf google docs ja ich bin halt 16 er ist 14 und zurzeit noch wir suchen gerade neue projekte müsste ich mal aktualisieren weil mafia und so ne aber naja ich bin halt ein schaulpelz und hab halt naja schaulpelz kann man nicht mal sagen ich beantworte jeden kommentar jede pn und also ich mache momenten ganze arbeit weil morisse mehr höheren schulstress hat weil morisse auf dem gymnasium ist und ich auf der realschule deswegen habe ich da noch doch noch fällt mich ein bisschen mehr weniger bisschen mehr zeit aber jetzt im moment das rechtlich ausgeglichen dadurch weil ich jetzt langsam in den prüfungsstress komme und naja prüfung heißt abschluss und abschluss ist natürlich sehr wichtig und ja wir hoffen dass euch unser kanal gefällt und ihr vielleicht vorbeischaut ein abo ist gar nicht so wichtig wir würden einfach darüber freuen wenn wir ein paar neue zuschauer kriegen würden weil die abonnenten sind zwar richtig viele da aber irgendwie sehe ich hier kein zuschauer resonanz in den videos wenn man sieht dass hier sogar also hier 50 wie aufrufe 30 jetzt wieder 30 von drei tagen hochgeladen wieder vorstellen und ich meine das ist mir doch ein bisschen ich meine ich mache mir die mühe setzt werden wirklich während dem schulstress sind neben dann für die paar zuschauer was auf und dann ist da halt im endefeld ich habe keine resonanz ich habe auch fast kein video irgendein kommentar ich weiß nicht was verbessern könnte oder sonst was mir fehlt die resonanz persönlich ja dann habe ich hier unten noch schön schön verlinkt hier letzt promo und ja dann hat noch meinen privaten designer weil ich habe mit dem also wir haben halt mit dem einen vertrag abgeschlossen im endeffekt dass ja es ist ja es ist also es ist ein muss man sagen also es ist egal ist das privat designer und fertig ja und dann halt noch unsere wir mögen aber ist ja egal und ja dann wo er und wohl mit uns ich müsste mal ich müsste mal lernen zu sprechen wirklich ja und naja wo ich halt auf das zu anzutreffen bin ist ein steam steam was laber ich in teamspeak auf dem teamspeak von letztpro bin ich öfters anzutreffen und ja auf facebook im moment in das inaktiv da halt auch nicht wirklich resonanz da ist und dann ist dann noch die steam community gruppe wo er auch noch beitreten könnte wenn ihr mit uns irgendwie oder vor zwei spielen wollte also könnt ihr euch da gerne der gruppe beitreten und ja das war es dann auch schon von unserem let's promo machst dir selbst und dann hoffe ich sehen wir uns auf unserem kanal mit den weiteren videos bis dahin ciao leute